Hallo, hier ist Martin von Manemaki, hier ist das die DAX-Analyse für Donnerstag, den 2.2.2020. Und unser DAX hat den schönen Sprung nach oben gemacht, war jetzt nicht ganz so unerwartet, denke ich, für die meisten Jahresauftakt, FED, das sind alles Argumente gewesen, die hier nach oben gezeigt haben, auch die Tagesabschlusskerze, beziehungsweise der Tagesabschluss von gestern hat ja schon eine leichte Tendenz nach oben reingebracht. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass er, wartet, ich muss kurz niesen, ich muss mal kurz pausieren, so, ja, wir hatten gestern darüber gesprochen, um unten was zu aktivieren, frei zu machen, hätte unter 15.000 gesollt, da, oder alternativ zum Nachmittag einfach mal richtig neue Tagestiefs nachzutreten, alternativ hat man gesagt, wenn oben die 1.80, 2.100 nach oben aufgeht, dann sind 2.70, 2.80 erreichbar, aber eben auch 3.50 und selbst 4.45 zum Mittwoch schon. Wenn wir uns das nochmal auf der Zunge zergehen lassen, finde ich es etwas zu verhalten, was wir am Mittwoch gesehen haben. Also über den Tag, der hat hinten raus schön Bewegung gebracht, ja, dann hat es nochmal rausgedrückt, aber unterm Strich ist das schon dürftig. Also das muss man so doch dann auch sagen, wie es ist halt, ne? Also da will ich nicht über das Knie loben und zu sehr feiern, weil das, da wäre mehr drin gewesen. Einfach so aus der Bewegung, aus so einer langen Range, endlich mal ein Ausbruch, eine Ausbruchsbewegung, Short Squeeze und so weiter. Alles, was da kommen kann, ist nicht gekommen. Das ist so und deshalb halt rausgebubbert und dann, wie viele Punkte sind wir höher gekommen als das letzte hoch? 30? 30 Punkte höher als das letzte hoch? Naja, ein bisschen mehr war es schon, 40? Ähm, und dann gleich wieder einknacken? Pfff, ähm, das ist nicht, nicht der absolute Oberknaller, aber es gilt hier Aufwärtstrend im Zweifel für den Angeklagten und so weiter und so fort. Das heißt, wir, ich will bloß ein was kontrollieren, nicht, dass man hier jetzt wirklich auf einen Channel aufgelaufen sind. Das sieht nämlich komisch aus, dass der da weggezuckt hat. Ne, der ist drüber, guck mal. Ah, der ist drüber, weil mich stört ein bisschen, der Tagesschluss ist unterhalb des letzten Jahreshochs. Also man hat ihn wieder drunter gezogen und das ist für einen Ausbruch aus einer Range eigentlich nicht ganz so üblich und auch nicht unbedingt so krasses Stärkezeichen, wenn man den Tagesschluss nicht über dem Vorjahreshoch halten, also nicht vorjahreshoch, sondern vor dem letzten Hoch halten kann. Also, ähm, wie ich glaube, ein bisschen kritischer sein. Wir haben das gestern ja auch gesagt, ne. Wir haben gestern gesagt, ähm, ob das nachhaltiger Ausbruch wird, muss ich erst zeigen. Long-Position würde ich persönlich eher enger ranziehen. Und das würde ich auch, glaube ich, so handhaben. Also wir haben das auch im letzten Update hier im Premium-Dienst vor uns auch geschrieben. Also ich würde da wirklich hier schon unter den Tiefs eigentlich fast so bloß ranziehen, weil ich glaube, wenn der jetzt hier umdreht und der steht jetzt hier wieder unter die ganzen Tiefs drunter, dann probiert der nochmal einen Untenausbruch. Weil dann war das Fehlausbruch hier oben und wenn der sich jetzt zu tief zurückzieht und da kann man eigentlich sagen, unter den Mittwoch drunter würde es schon vollkommen reichen und der trickert sich komplett nach unten wieder ein und wir reden schlagartig auf einmal wieder 1449, 14830, 14800, 14700, 14600. Ne. Also das ist, es ist mir noch zu wenig, ja, um hier wirklich zu sagen, okay, der ist jetzt wieder voll im Aufwärtstrend, auch so korrektiv wie hochgestiegen ist. Naja, das ist nicht wirklich eine impulsive Welle, das ist ein schöner Abschluss. Ich will ihn gar nicht schlechtreden. Er hat das, er hat schon was geschafft. Er ist endlich mal raus aus dieser Zwei-Wochen-Range. Aber dafür, dass das der Tag heute sein sollte für den Ausbruch jetzt ist es mir fast zu dünn. Ey, wir haben gesagt, 350 und auch 445 sind drin und das sind ja gerade mal 300 geworden. Das ist schon auffällig verhalten. Das muss man so klar eben auch einfach sagen, denn unsere Erwartungshaltung war ja jetzt nicht unbedingt negativ gewesen für den Tag. Sie war ja positiv. Und dabei hat er das nicht komplett bedient bekommen halt. Und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig am Donnerstag, wenn der jetzt hier den Puck macht und wieder anfängt nach unten durchzustarten. Ja, oder kurz oder jetzt hoch anzuckt und er ballert sich zurück. Wir haben jetzt hier so eine Triggerlinie drin gehabt über der 15200, 220 hier. Bleibt er darüber, würde ich ihm zutrauen, dass er weiter steigen kann. Bleibt er über 250 noch besser. Bleibt er über 250 und er tendiert nach oben, dann lassen wir ihn gerne noch bis 350 und gerne auch bis 445 erstmal laufen. Das kann er schaffen zum Donnerstag, aber locker. Locker. Der kann auch aufwärtsgelb, komplett durchrennen und Tagesschluss am Tageshoch hinkriegen. Es wäre grundsätzlich möglich. Aber da der Mittwoch schon so verhalten war, bin ich gespannt, wie der Donnerstag wird und würde fast drauf tippen, dass das ein richtiges Eiergetanze jetzt hier wird mit ordentlich hin und her. Also Fakt ist, für mich ist ganz, ganz, ganz wichtig der Bereich um 200. Knapp drüber 220, 200. Setzt er von oben drauf, stößt sich wieder nach oben, bin ich fein, darf er gerne wieder zurück an die 300, weiter an die 350, weiter an die 450. Bleibt er über 250 für mich auch. Positives Chart im Feld, kann er weiter steigen, würde ich mich nicht short in den Weg stellen. Ja, ich würde vielleicht bei 350, 365 ein bisschen Gegenwilligung erwarten, aber ich würde mich ihm nicht primär in den Weg stellen. Würde ihn eher weiter nach oben machen lassen und auch in die Richtung dann eher Position suchen. Bricht er uns aber unten durch, unter 200, dann wird er, dann wird man nicht direkt shorten können. Das wird nicht funktionieren. Er wird, er wird dann von hier unten auch bloß wieder nach oben ziehen und Stops jagen und sich dann eintriggern. Aber ich glaube, dann würde ich mich von der Longseite erstmal kurzfristig auch wieder lösen wollen, wenn der zu tief zurückkommt und auch hier so unter 150, 130 geht. Also wenn er zum Donnerstag unter 150, 130 geht, halte ich es für gut denkbar, dass er sich wieder aufgedreht kriegt. Ja, bis 200, vielleicht auch ein bisschen höher, 250 nochmal. Aber, ich würde, glaube ich, mich dann trotzdem erstmal verpieseln, weil dann ist es einfach ein Fehlausbruch hier oben. Und Fehlausbruch oben im DAX zieht einfach ganz, ganz, ganz oft Fehlausbruch unten nach und deswegen würde ich nicht unbedingt für den Donnerstag, aber dann für den Freitag Akutwarnung aussprechen unterhalb von 150, wenn der das jetzt hier nicht gestanden kriegt. Wenn er es gestanden kriegt, ist alles fein, darf er weiter steigen. Ja, wie gesagt, 350, 445, alles erreichbar. Ja, aber mir gefällt nicht der Tagesschluss und am Ford hoch und mir gefällt nicht, dass mir nicht mal eine 350, nicht mal eine, das war viel zu wenig über den Tag, einfach zu ruhig, das war viel zu ruhig. Ne, das war zu, der ist zu spät erst aus der, aus der Potte gekommen. Das gefällt mir nicht, das ist mir zu verhalten. Und, ähm, ich rieche, das riecht für mich, ganz ehrlich, das riecht für mich fast so, wie als hackt er hier erstmal wieder einen Hoch rein, geht in seiner Range zurück und schiebt dort nochmal zwei Wochen zur Seite. So riecht es. Ja, sticht mal unten dann nochmal raus, dann hat er auch ein Fehlausbruch. Und schiebt er nochmal weiter aus der Seite. Und das wäre ein bisschen assi, aber es würde zum DAX fast passen. Ja, deswegen ein bisschen vorsichtig, aber oberhalb von 15,250 würde ich ganz klar sagen, Potenzial auf der Oberseite, 53, 450 und so weiter. Ja, ich denke, Botschaft ist klar angekommen. Handlungsweisen, wie ich damit umgehen würde, habe ich auch versucht zu kommunizieren und, ähm, dann hoffe ich, euch hilft das. Ihr könnt damit was anfangen und drücke euch die Daumen, dass ihr ein paar Punkte rausgeschnitten kriegt. Viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. 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 Tschüss.